Also müssen wir den jetzt irgendwie... Wie blödes auch klingt... Das haben wir ja schon gesehen. Aua! Nein, wo schießt du hin, Billy? Haha, ich hau ab. Elender Schuft. Kannst du mich mal... Ja, wir sind aber noch gesund. Aber uns gehen dann auch langsam die Muni aus. Ja... Na, leider müssen wir den da, aber... Ist immer noch gesund. Hm... Billy, steh auf, steh auf! Ach... Scheiße... Keine Muni mehr! Hilfe! So... Mist... Und angeschlagen ist er auch. So... So...